Eine kurze Woche steht bevor, eine Woche mit einem Feiertag. Donnerstag ist Christi Himmelfahrt und die Wetterlage scheint sich komplett umzustellen. Zumindest die große Sintflut, die vor Tagen noch angekündigt worden ist in den Wettermodellen mit 200, 300, 350 Liter Regen pro Quadratmeter, ist dann doch weitgehend verschwunden. Und zum kommenden Wochenende wird es sogar deutlich wärmer mit Temperaturen von über 25 Grad. Wir könnten uns sogar der 30 Grad Marke nähern und das wäre schon der erste Hitzetag des Jahres 2023. All das schauen wir uns hier in diesem Wettervideo an, denn auch für die Blüten wird es nochmal gefährlich werden. Vor der Wärme kommt nämlich nochmal Frost zu uns nach Deutschland. Am Morgen vom Donnerstag ist verbreitet mit Boden und stellenweise auch mit Luftfrost zu rechnen. Doch der Reihe nach. Schauen wir erstmal auf die Höchsttemperaturen von gestern Sonntag. Wieder mal der Norden und der Osten waren ganz vorne mit dabei. Temperaturen bis zu 23,8 Grad. In Schleswig-Holstein wohlgemerkt. In Kleve 22,9 Grad. Das ist dann eher Nordrhein-Westfalen. Und wir schauen noch nach Krambeck. Auch Schleswig-Holstein 22,6 Grad. Wann ist der Norden so weit vorne mit dabei? Bei den Höchsttemperaturen, das ist doch eher selten der Fall. Heute Nachmittag gibt es aber nochmal Schauer und Gewitter. Zum Teil relativ kräftig. Das kann das ganze Land betreffen. Auch den Norden und den Osten. Überall kann es heute mal Schauer und Gewitter im Tagesverlauf geben. Es wird aber wie immer nicht jeden treffen. Besonders der Norden und der Osten brauchen dringend ein bisschen mehr Regen. Hier sehen wir gleich mal in die Waldbrandgefahr rein und die bleibt weiterhin relativ hoch. Ja und ein Blick auf den Dienstag, einen Tag später, morgen Nachmittag. Da sehen wir, der meiste Regen ist verschwunden. Meist lacht die Sonne vom Himmel herab. Nur im Südosten, da regnet es noch munter weiter. Und auch hier im Norden ist der ein oder andere Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen. Ein Blick nach Norddeutschland, nach Hamburg, auf die Ensemble-Prognose bis zum 30. Mai. Auch hier zunächst nochmal der Kälteeinbruch zum Donnerstagmorgen. Temperaturen in zwei Metern Messhöhe, verdammt nah dem Gefrierpunkt. Verbreitet ist hier Bodenfrost möglich. Aber dann steigen die Temperaturen langsam an im Mittellauf 20 Grad. Bleiben meist so um 20 Grad. Erster Ausreißes und Monatsende gehen sogar Richtung 30 Grad Marke. Und die Niederschläge sind zumindest anfangs etwas reduziert. Später fällt ab und zu mal was vom Himmel. Aber die ganz großen Regenmengen sind aus der Prognose erstmal rausgenommen worden. Wir schauen nach Stuttgart. Auch hier auf die Ensemble-Prognose bis zum 30. Mai. Hier ist wiederum die 20 Grad Marke. Erstmal in dieser Woche deutlich kühler. Wie gesagt, auch hier Donnerstagmorgen Bodenfrostgefahr. Und danach steigen die Temperaturen doch merklich an Richtung 20 Grad Marke. Später die ersten Ausreißer bei 25 Richtung 30 Grad Marke. Und dann nimmt der Niederschlag aber auch schon wieder deutlich zu. Es geht so ein klein wenig in Richtung warmes, aber sehr feuchtes Wetter. Wahrscheinlich dann garniert mit etlichen Schauern und Gewittern. Hatten wir ja auch schon am Samstag hier alles gezeigt. Und vor ein paar Tagen hat ja auch das europäische Wettermodell auf einen tropischen Sommer bei uns in Deutschland gesetzt. Das heißt, alle Temperaturen sollten ein bisschen höher liegen in einzelnen Monaten. Aber dafür auch eben mehr Regen. Also ein sehr feuchtwarmer Sommer würde sich da andeuten. Vielleicht ist das der Beginn davon. Ein Blick auf die Großwetterlagenkarte von heute. Und dieses Tief hier bringt besonders dem Südosten heute zeitweise Regen. Da macht sich die Sonne ziemlich rar. Im Rest des Landes zunächst freundlich. Aber in der zweiten Tageshälfte können sich überall einzelne Schauer und Gewitter bilden. Teilweise auch mal mit Starkregen und stürmischen Böden. Die Temperaturen, die klettern bis zum Nachmittag auf Werte um 16 Grad im Nordwesten. Ansonsten werden so 19 bis knapp 21 Grad gemessen. In der kommenden Nacht zum Dienstag lockern die Wolken ab und zu auch mal ein bisschen auf. Die Temperaturen gehen auf 11 bis 4 Grad zurück. Hier und da ist Bodenfrost in der Landesmitte nicht ganz ausgeschlossen. Ansonsten nach Osten und vor allem nach dem Südosten anfangs noch etwas Regen. Morgen am Dienstag insgesamt schon deutlich freundlicher. Wie gesagt, im Nordwesten noch ein paar Schauer. Auch hier im Südosten noch mal Regen bei 13 Grad. Ansonsten 14 bis 17 Grad. Aber immer wieder scheint auch mal die Sonne. Ähnlich geht es auch am Mittwoch weiter. Relativ freundlich, aber auch ein bisschen kühler. Gerade mal 12 bis 14 Grad im Norden und im Osten. Aber die Sonne scheint zumindest im Süden des Landes viele Wolken. Hier im Südosten noch etwas Regen bei gerade mal 7 Grad. Und dann die Nacht zum Himmelfahrtstag, zum Vatertag. Da geht es doch deutlich nach unten mit den Temperaturen. Die Temperaturen am frühen Donnerstagmorgen zwischen so plus 6 und teilweise bis zum minus 1, minus 2 Grad. In den höheren Lagen der Mittelgebirge. Da kann es noch mal Luftfrost geben. Und verbreitet in anderen Regionen, wo wir so 2, 3 Grad messen in 2 Metern Messhöhe. Überall dort müssen wir mit Bodenfrost am Donnerstagmorgen rechnen. Dafür grüßt die Himmelfahrt eigentlich relativ freundlich. Bestes Wander- und Ausflugswetter. Aber ein bisschen wärmer anziehen. Wir sehen die Höchsttemperaturen. Die bleiben ziemlich gedämpft. Im Südosten ein paar Wolken, gerade mal 10 Grad. Ansonsten 14 bis 16 Grad. In der prallen Sonne gefühlt natürlich noch ein bisschen wärmer wie 20, 21 Grad. Aber im Schatten gemessen durchaus eine sehr, sehr kühle Angelegenheit. Und auch der Brückentag, der Freitag, bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Ein paar dichtere Wolkenfelder, ab und zu Sonnenschein. Die Temperaturen steigen langsam an auf 15 bis 21 Grad. Etwas kühler hier im Osten. Bei mehr Wolken Temperaturen nur 13 oder 14 Grad. Und wir blicken auf den Samstag. Das kommende Wochenende, es wird wärmer. Temperaturen dann stellenweise, besonders hier im Osten, auch mal 23 bis 26 Grad. Da ist also wieder ein Sommertag möglich. Im Westen 16 bis 21 Grad. Überall ein Gemisch aus Sonne und Wolken. Ab und zu sind die Wolken mal ein bisschen zahlreicher. Hier und da hat die Sonne den Vorrang. Aber es bleibt überwiegend trocken. Schauer und Gewitter sind wirklich eine Ausnahme. Und wir blicken noch auf den Sonntag. Landesweit Sommerwetter. Von den Temperaturen her geht es rauf auf 25 bis 27 Grad. Also verbreitet ist da wieder ein Sommertag möglich. Relativ freundlich. Oftmals Sonnenschein, wenige Wolkenfelder. Schauer und Gewitter sind auch erstmal nicht zu erwarten. Die kommen dann der nächsten Woche wieder. Montag in einer Woche bei 22 bis knapp 30 Grad. Vielleicht der erste Hitzetag. Später im Südwesten einzelne Schauer und Gewitter. Auch Dienstag und Mittwoch durchwachsen im Südwesten und Süden immer wieder einzelne Schauer und Gewitter. Es bleibt warm. Am Dienstag 21 bis 27 Grad. Am Mittwoch 17 bis 23 Grad. Spannend sind natürlich auch die Regenmengen. Was kommt denn da vom Himmel runter? Das schauen wir uns gleich an. Aber erst nochmal der Blick auf Mittwoch und Donnerstag. Da kommt eben in der Höhe nochmal kältere Luft zu uns nach Deutschland geströmt. Minus 1 bis minus 3 Grad in 1500 Metern Höhe. Die kühlen Luftmassen setzen sich auch unten durch und deswegen die Nacht zum Donnerstag teilweise relativ kalt. Mit Luftfrostgefahr, mit Bodenfrostgefahr. Und das sehen wir hier nochmal sehr deutlich. Der Modell Output für die 2 Meter Temperatur. Und zwar am frühen Donnerstagmorgen. Da haben wir viele Regionen mit gerade mal plus 1 Grad. Und plus 1, plus 2, plus 3. Das heißt überall dort kann es Bodenfrost geben. Direkt über dem Erdboden Temperaturen um oder unter 0 Grad. Da müssen also empfindliche Pflanzen dringend nochmal geschützt werden. Ja und jetzt der spannende Blick auf die Regensummen. Und da ist deutlich reduziert worden bis zum Sonntagabend. Da haben wir teilweise noch hier im Südosten Regen von 20 bis 40 oder 50 Liter pro Quadratmeter. Im großen Rest ist ein bisschen was hier und da dabei. 1 bis 5 Liter Regen pro Quadratmeter. Und diese 10 hier, das sind einzelne Schauer und Gewitter, die mal auftreten. Können, aber nicht auftreten müssen. Also insgesamt ist die aktuelle Woche nun deutlich trockener berechnet worden als noch in der vergangenen Woche. Das hat sich geändert. Auch hier weiter nach Westeuropa kaum noch nennenswerter Niederschlag. Es kommt wohl mal eine längere niederschlagsarme Wetterphase auf die Region zu. Ja und das wiederum ist die Waldbrandgefahr. Hat man auch schon gezeigt am Samstag. Die ist im Norden und Osten erhöht. Hier haben wir teilweise Waldbrandgefahren. Schufe 3 bis 4 liegt einfach daran, es gab eine Woche dort keinen richtigen Regen mehr. Es war sehr trocken gewesen. Und der Wind hat immer wieder drüber geweht über die Region. Und deswegen ist es dort auch ziemlich ausgetrocknet. Im Rest des Landes ist Waldbrandgefahr heute eher kein Thema. Aber wie gesagt, die nächsten Tage könnte sie hier relativ hoch bleiben. Denn wir haben es eben gesehen, viel Niederschlag ist da nicht zu erwarten. Wir schauen nach Norddeutschland bis zum 30. Mai. Erstmal diese kühle Phase, Mittwoch, Donnerstag in dieser Woche mit Nachtfrostgefahr. Danach geht es nach oben. Temperaturen im Mittel um 20 Grad. Erste Ausreißer über 25 Grad. Und auch hier gilt, die Regensummen wurden deutlich reduziert in den kommenden Tagen. Wir schauen nach Westdeutschland. Auch hier alles zusammengestutzt, was den Niederschlag angeht. Deutlich weniger. Dann noch ein paar Tage noch Ausschläge. Bis hier in diese Höhenlage alles verschwunden. Die Temperaturen steigen auch hier an nach dem kühlen Himmelfahrtstag Richtung Wochenende auf 20 bis 25 Grad. Auf diesem Niveau bleiben wir bis zum 30. Mai. Und wir schauen nach Ostdeutschland. Auch hier eine Reduzierung der Niederschlagsmengen deutlich zu sehen. Und zunächst kühl, Mittwoch, Donnerstag. Dann dreht der Wind. Es wird wärmer. Temperaturen dann 20 bis 25 Grad. Erste Ausreißer später auch über 30 Grad. Und wir schauen noch in den Süden des Landes. Hier ist der Regen noch deutlich öfters unterwegs. Wir haben es ja eben gesehen. Im Südosten bleibt es erst mal nass. Danach aber auch hier ein bisschen weniger Niederschlag. Und danach nimmt das Ganze wieder deutlich zu. Also hier bleiben wir eher so auf der nassen Schiene. Aber auch hier wird der Regen quasi wärmer. Man sieht es ja sehr schön an der Ensemble-Prognose. Die Temperaturen steigen an im Mittelrichtung. 20 bis 22 Grad Marke. Erster Ausreißer bei 25 Grad. Und noch der Blick in die Landesmitte hinein. Auch hier sind die Niederschläge deutlich reduziert worden. Und die Temperaturen zunächst kühl. Im Verlauf dieser Woche dann wird es wärmer. 20 bis 22 Grad. Erster Ausreißer bei 25 Grad. Also ganz langsam zumindest geht es mit den Temperaturen doch nach oben. Am Sonntag wie gesagt 25 bis 28 Grad. Vielleicht Montag in einer Woche das erste Mal 30 Grad in diesem Jahr. Ansonsten vor allen Dingen Niederschläge wurden deutlich in dieser Woche reduziert. Das könnte verbreitet ein recht freundliches langes Wochenende werden. Das war es vom Wetter. Tschüss, bis bald.